Wie ist das Bild? Ist der Stream stabil? So, ich muss das jetzt mal vom Ohr hier runternehmen. Das hörte sich für mich schon mal ganz gut an. Ist die Frage, kommt es bei euch gut an? Passt alles. Sehr schön. Ja, ich habe mich heute mal hier unten vorm Aquarium positioniert, weil ich demnächst, ja, ich sage jetzt mal wieder mobil bin in Sachen Rechner. Und ihr Große geht weg. Es kommt ein kleines Powerbook. Und von daher bin ich schon mal am Üben. So, des Weiteren ist es hier unten einfacher für mich, euch die Sachen direkt zu zeigen. Ich habe die Möglichkeit, die Kamera zu drehen. Ich habe die Möglichkeit, die Detailaufnahmen euch mit dem Handy zu machen etc. Ist also alles eigentlich ein kleines bisschen einfacher. Und ich kann auch direkt auf Sachen reagieren, die gegebenenfalls von euch aus dem Chat kommen. Ja, Live-Tagebuch wurde von euch gewünscht. Aufgrund Interaktionen und etc. pp. Das hatte ich ja letztes Mal gefragt. Da wir wieder Sonntagnachmittag haben, bleibe ich wieder antialkoholisch. Weil morgen ist wieder LKW-Fahren angesagt. Okay, wir soffen fahren mal doppelt so viel Spaß. Aber naja, lassen wir das, ne? Daher bleiben wir bei Limo und Kaffee habe ich ja auch noch stehen ein bisschen. Und das, was ich heute so ein bisschen vorhabe, ist einerseits euch so zu zeigen, was ist Phase bei mir im Becken. Was hat sich getan? Es hat sich ja einiges getan. Zum anderen war ich ja gestern beim Norbert in Hilden, bei Atoll Riftdeko. Da hat der Andi Sauerborn sich neues Gestein geholt. Das Ganze haben wir mal aufgenommen, mal wieder. Es ist einfach nur herrlich. Also, entsprechendes Video kommt noch. Weiß ich noch nicht genau, wann ich es bringe, aber es kommt definitiv noch. Und, ähm, ja Moment, ich kann euch aber mal kurz ein paar Szenen hier einblenden. Das ist einfach nur geil. Also, der Onkel Sauerborn hat sich ein neues Becken dahingestellt. Jetzt muss ich das Ganze auch noch. Zu viel Technik hier. Da. Das ist das neue Becken vom Andi. Und, äh, 1,85 Meter breit. Äh, 85 Zentimeter tief. Äh, 55 Zentimeter hoch mit einem 50er Wasserstand. So. Und dann waren wir bei der Norbert. Den Ton lasse ich jetzt mal weg. Und, ähm, ihr seht schon, da wird es richtig, richtig schön, äh, gebastelt, gebaut. Und im Endeffekt, ich gehe mal ein bisschen vor, haben wir hier den Riffaufbau so grob. Und, äh, den hat er mir eben geschickt. Er hat es fast tatsächlich wieder hingekriegt. Dafür schon mal dicken, fetten Respekt. Ähm, das ganze Video wird wahrscheinlich so roundabout 20. 20, 25 Minuten dauern. Da ist der komplette, ähm, Findungsprozess drin dokumentiert. Und, ähm, es war auf jeden Fall geil. Und, ähm, nein, das war es nicht. Das. Ähm, das ist auf jeden Fall in der Pipeline. Kann ich euch versprechen. Kommt dann als nächstes, äh, wahrscheinlich. Kann ich... Hey, 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 Andreas. Hey, Andreas. Ähm, ja stimmt. Das Bild... Oh, Moment. Moment. Spiele ich eben rüber. Weil, das müssen wir dann auch nur noch mal eben kurz zeigen. wo ist das bild ich hab's doch gekriegt schlecht vorbereitet der kerl ja wieder ganz schlecht da sichern wenn es gesichert ist kann ich darüber spielen ist das nicht herrlich das ist technik die begeistert so er drauf auf mich so währenddessen können wir dann ein kleines bisschen weitermachen da ist das eingetrudelt mediathek bild genau so jetzt kann man einblenden so sieht es dann jetzt aus also ich würde mal pauschal sagen das hat er ganz gut hingekriegt das sieht sehr gut aus andreas du bist engagiert aber über dieses becken werden wir auch noch definitiv weiter das werde ich weiter im blick behalten da werden wir eine doku zu machen beziehungsweise werden den aufbau so ein kleines bisschen dokumentieren verrohrung etc fluten so wie man da halt zeit für finden ja kommen aber jetzt mal zu dem pot hier und da hat sich ja tatsächlich einiges getan diesen monat weil die refactory mich momentan zu pflastert mit ihren geräten die wollen dass ich die vernünftig vorstelle in gebrauch nehme und euch dann natürlich zeige ich gehe erst mal hin macht macht die büchse hier mal auf damit wir was sehen können und so schaut im moment erstmal da unten aus dunkel ist es auch noch da ändern wir jetzt was dran einmal das und einmal das jetzt müsste genug zu sehen sein ja fangen wir mal mit den kleinigkeiten an die noch passieren werden wir haben ich habe unten ja noch die die flaschen stehen von ati beziehungsweise da unten der kanister hier unten das werde ich jetzt in nächster zeit ändern da habe ich habe ich denn woanders von der maize da war ich war mal bei der reinen erft aquaristik wo ist er da michael haben uns ein kleines bisschen unterhalten und die behälter von dem sind echt gut muss ich ganz offen und ehrlich sagen also das was er da baut ist klasse und ich habe da jetzt dementsprechend sachen in auftrag gegeben habe hier natürlich das problem dass es sehr eng ist und er kann auch tatsächlich sachen auf maß machen also wenn ihr irgendwelches speziellen maße habt die ich sag mal die grundplatte zum beispiel bei mir bei ihm ist die 13 cm und ich brauche hier aber 12 cm also das heißt er macht mir eine kleine grundplatte rein damit ich da unten neue behälter setzen kann weil so wie es momentan da unten aussieht sieht ja nicht schlecht aus aber es könnte schöner aussehen so das ist der plan das heißt also er baut mir jetzt hier entsprechend an angepasste behälter das muss man dann mit ihm absprechen et cetera also das ist nicht mal eben so das dauert auch immer ein bisschen bis das ganze fertig ist von daher das ist keine sache heute bestellt und morgen da das muss ich dann auch schon mal dazu sagen aber das was wir da gesehen haben also da kommen drei behälter a2 liter da kommt es absolut auch schon rein und hinten die reagenz der behälter mit der mit dem stickstoff wird von zwei liter da auf 500 milliliter verkleinert und hier hinten kommen noch zwei behälter hin für jod und noch einmal für nach was habe ich gesagt nicht nicht ich kann mich auch phosphat genau und dann habe ich noch irgendwo ein kleines behälter wo ich noch den lantan dann demnächst dran anschließen werde das ist zumindest der plan das ist also schon mal geplant dass es irgendwann jetzt in der nächsten zeit definitiv umgesetzt wird wie gesagt er ist dran hat mir eben auch schon bild geschickt über insta dass er schon den jod behälter fertig hat bei dem jod behälter ist es den habe ich extra anfertigen lassen mit einer schwarzen folie dass er abgedunkelt ist weil moment habe ich ja genau weiß nicht ob das rüberkommt aber wahrscheinlich nicht hatte mal ich nehme mal das handy vielleicht geht das technik die begeistert handy zack ihr seht dass da ein leichter gelb schimmer drin ist das kommt sich vom handy das ist jetzt tatsächlich so also ist nicht mehr so klar wie es eigentlich mal war was ist passiert ganz einfache sache der vollpfosten hier vor der kamera ist hingegangen und hat das da oben stehen lassen in der sonne in unserer höhen sonne und anderthalb tage später war das ganze klatschgelb das heißt also das ist zwar stabilisiertes jod aber licht verträgt trotzdem nicht wirklich also zu starkes licht deshalb grundsätzlich entweder in abgedunkelten behältern aufbewahren weil das hier ist jetzt gelblich ich weiß nicht muss all die noch fragen wenn er vielleicht ein gelb schimmer hat ob ich es noch verwenden kann im moment habe ich ausweichshalber das jod von refactory angeschlossen ich muss auch die noch fragen der gute mann ist voll im stress aber den habt ihr heute mittag auf insta gesehen der hat heute mittag mit dem tolga zusammen so ein kurzes live gemacht vor vor deren podcast aufnahme haben sie glaube ich jetzt in nächster zeit öfters vor aber da muss ich auch direkt was dazu sagen olli hat auch gesagt er wird definitiv mit dem tolga wahrscheinlich zusammen das weiß ich noch nicht aber er olli auf jeden fall hier auch noch mal in einem live werde ich ihn haben definitiv und was ich auch schon ankündigen kann aber das datum steht nicht hundertprozentig fest samstag oder sonntag am dritten advent bin ich bei norbert live und da werden wir mal so gegen einige sachen ja es wird spannend sagen wir es mal so mehr verrate ich noch nicht ja behälter von über auf ihr merkt ich komme mir gerade von hü nach hot und von hot nach hü da wir winterzeit haben hat sich jetzt bei mir auch geändert dass ich hinten den atemkalk angeschlossen habe so jetzt gucke ich mal ob mein handy jetzt hier wieder vernünftig angeschlossen ist ja ich habe nämlich die linse drauf ich nehme euch mal kurz mit und guck mal ob man das vernünftig sieht so der ist hier über den schlauch da oben angeschlossen und geht oben rein was ich jetzt noch nicht da angeschlossen habe ich habe oben auf dem deckel ja die diese ventile drauf und die sind jetzt tatsächlich noch nicht mit der ph steuerung gekoppelt weil da soll demnächst der controller von tunze dran kommen der soll sowas auch können über eine schaltsteckdose und über eine ph sonde kommt in den nächsten ein noch zwei wochen die haben momentan noch ein paar kleinigkeiten diese dran machen müssen und von daher dauert das noch ein bisschen aber darüber werde ich meine ph steuerung machen weil kann ich euch auch eben kurz mal zeigen vorausgesetzt alles ist online es ist alles online ich habe gerade eben vor dem stream nämlich meinen router da oben an der ecke noch einmal komplett nachgestellt neu gestartet so das ist per meter hier so wir haben jetzt durch den atem kalk ja das ist eigentlich alles relativ gleichmäßig seht ihr komme ich nie unter unter 8 8,7 aber ich möchte die spitzen oben abfangen so das waren 8,27 ich möchte nach möglichkeit nicht über eine 8,3 kommen so und das erreiche ich im endeffekt nur wenn ich hingehe und eine aktive messung habe könnte ich jetzt auch über refactory machen und ja okay das ist ja jetzt nicht aber über den powerswitch wäre das möglich ja dass ich dem sage pass auf wir machen eine aktion wenn der ph wert über 8,3 ist schalte mir den powerswitch ein der powerswitch schaltet mir die ventile auf die ich oben in dem deckel angebracht habe und die luft geht dann nicht durch den atem kalk durch sondern wird oben über die ventile direkt eingezogen also der kurze weg das heißt er nimmt dann die normale umgebungsluft wo ein bisschen mehr co2 drin ist weil raumtempera weil raumluft ist ja momentan im winter so ein kleines bisschen ja mehr mit co2 belastet als im sommer weil im sommer lüften wir mehr haben die fenster offen etc deshalb habe ich den atem kalk dran und der hilft auch wunderbar aber ich möchte ja halt nicht dass er zu hoch geht und das lässt sich entweder über refactory realisieren tatsächlich powerswitch und dann dementsprechend da oben diese magnet ventile die ich da von tunze habe oder halt direkt über tunze selber das werde ich dann im nachhinein machen wenn ich dann die geräte von tunze bekommen habe dauert wie gesagt noch ein kleines bisschen aber ich habe es da nicht eilig im moment funktioniert es aber wie gesagt 8,3 das ist so das ungefähr maximum haben wir hier 8,37 das ja ihr merkt das ist so so pi mal daumen dann der schnitt den ich hier habe so und hier kann man sehr schön sehen um 10 uhr waren wir bei 8,15 und dann haben wir hier so so jetzt haben wir mal peaks drin beziehungsweise die wieder nach unten gingen wisst ihr was da passiert ist das da ist passiert mein ofen ist da passiert der jetzt gerade aus ist der da ist eigentlich an muss ich gleich mal kurz auflegen ansonsten wird ziemlich frisch hier drin den habe ich da angemacht und man sieht im endeffekt direkt sobald ich einen verbraucher habe ob das jetzt mensch ist oder der ofen das zieht co2 aus sauerstoff aus der luft wir haben mehr co2 in der luft und daran sieht man im endeffekt ganz genau wie das co2 tatsächlich sich auf unsere systeme auswirkt ist eine sache die sollte man nicht unterschätzen gerade im winter zusätzlich habe ich ja noch hier oben das becken abgedeckt das ist ja der nächste punkt weil ja nehmen wir wieder das handy zur hand dann sieht man das besser so da oben ist wieder meine meine abdeckung drauf und ihr seht das ist relativ klar aber das funktioniert auch tatsächlich nur weil da hinten in der ecke da sitzt momentan noch ein behelfs lüfter ich weiß nicht sieht man den das sind einfache pc lüfter die ich dauerhaft momentan am laufen habe und die sind tatsächlich so angeschlossen dass sie halt frischluft unter dieses system hier drunter durchblasen hinten sind kleine ritze wo es wo die luft rausgedrückt werden kann damit überhaupt die feuchte luft so ein kleines bisschen da rauskommt ihr sagt die feuchte luft ja wieder raus die soll ja eigentlich zurück bleiben tut es auch tatsächlich weniger verbrauch vom osmosewasser durch diese abdeckung habe ich ich liegt so ungefähr zwischen 3,5 ja zwischen 3,5 und 5 liter am tag vorher lag ich so zwischen 5 bis 8 liter am tag bringt also schon mal ein bisschen was aber es muss belüftet werden weil wir ansonsten hingehen weil wir ansonsten zu viel beschlag von unten haben durch diesen durch die feuchtigkeit die unten drunter dann ist geht uns licht verloren das licht wird zu sehr gestreut und ich müsste sehr viel mehr leistung auf meine lampe legen und da kommen wir zum nächsten punkt strom ja mein stromanbieter hat dann gesagt ja du musst diesen monat dann auch mehr bezahlen so andreas beschreit er wird jetzt mit kalkwasser experimentieren in kombination mit einem kalkreaktor um den ph zu erhöhen ja das geht auch das kann man auch machen aber man muss halt tatsächlich auch darauf achten dass das das kalkwasser kann auch nach hinten losgehen da muss man sehr genau mit arbeiten ich kenne mich nicht so hundertprozentig aus habe aber schon viele schauer geschichten darüber gehört von daraus überlegt er genau was du tust rumverbrauch tatsächlich sieht es momentan exakt noch bis ende diesem monat so aus dass ich 27 cent pro kilowattstunde bezahle und ich blende das mal eben hier mit ein meinen meine verbrauchsübersicht und ich habe bisher in diesem monat 237 kilowattstunden verbraucht so nach adam riese und eva zwerg rechne man das eben mal kurz aus 237 mal 0,27 das ist der preis den ich tatsächlich mit allen steuern und den ganzen scheiß bisher bezahle so macht 63 euro an strom im monat für dieses becken wir haben aktuellen verbrauch tatsächlich von 467 468 kilowatt komplett für alles da hängt alles dran das ist tutto completo alles was ihr hier seht 480 490 watt so jetzt ist es dann ab nächsten monat so dass ich dann dementsprechend mehr mehr bezahlen muss von 27 auf 33 noch was dann rechnen wir das ganze mal mal hoch und dann seht ihr mal was es im endeffekt tatsächlich ausmacht die stromerhöhung nee nicht so 237 mal 0,33 ähm sind dann 78 euro also ähm 63 sind wir glaube ich bei ungefähr 12 euro im monat mehr die ich monatlich mehr aufbringen muss so und ähm das sind dann 144 euro im jahr die das becken dann mehr also nur das becken tatsächlich dann mehr braucht das sind alles so sachen die man natürlich im endeffekt im hinterkopf haben muss wenn sowas kommt man kann es gut ausrechnen wenn man eine saubere verbrauchsübersicht hat und ähm diese süßen smartstecker hier äh das ist jetzt keiner von refactory das hat sich einer äh gekauft beim großen a fragt mich jetzt nicht genau wie der von wem das ist äh äh eiktree ja äh lässt sich hier im wie heißt die app hier genau Moment das ist äh genau smart live lässt sich das alles bündeln und da haben wir auch denn dementsprechend eine übersicht ähm was was tatsächlich am strom verbraucht wird und wenn man so eine verbrauchsübersicht hat ähm kann man auch vernünftig ausrechnen was brauche ich für mein aqua was muss ich tatsächlich für das an geld äh dafür in die hand nehmen damit es vernünftig äh bezahlt wird damit ich es behalten kann ähm ähm das ist eine ganz wichtige sache weil hier kann ich unter anderem auch äh 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 schauen ich hab nämlich na gehst du weg meinen äh äh meine thermocontrol hier mit äh eingebunden äh und ähm ähm hier kann ich ganz genau sehen wann hat das ding geheizt und wann nicht ihr seht jetzt selber das äh ist jetzt diesen monat tatsächlich ähm ähm 5,4 kilowattstunden sind in das becken reingeflossen an äh äh und warum nur so wenig obwohl es ja relativ kalt ist das hat wiederum damit zu tun dass es A ein Acrylbecken ist weil Acryl auch sehr sehr gut isoliert hat äh äh Florian immer schon schon gesagt und zusätzlich halt noch ähm hier oben die Abdeckung drauf ist das ganze isoliert natürlich so jetzt fragt ihr euch natürlich warum macht ihr das nicht das ganze Jahr über im Sommer ist es dann ein bisschen zu warm dafür dafür muss ich dann gucken dass ich dann dann muss das ganze wieder runter weil dann ist es nämlich ganz ganz schnell so dass das Becken zu warm wird also es ist ein stetiges hin und her das zum Thema Strom ähm zur Abdeckung zum Atemkalk äh äh ja Fragen dazu Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge, irgendwas unklar geblieben was ich hier erzählt habe haut es mal in den Chat rein ihr seid so ruhig wie viel sind wir eigentlich 39 Leute schönen guten Abend zusammen so jetzt muss ich grad eben mal gucken ich bin zweimal auf Insta gerade angedengelt worden ne 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 im Moment nichts wichtiges nichts wichtiges fürs Video gut kommen wir zu dem ähm was da jetzt hinter mir im Schrank so passiert ist ähm tatsächlich mal zu den Produkten von Reefactory ja momentan ist es sehr viel was hier natürlich ähm ähm an Videos und äh Sachen auch schlägt bei mir von Reefactory aber es gibt natürlich auch einiges aufzuarbeiten die Reefactory möchte gerne dass ich nach Möglichkeit alle Produkte von ihnen vorstelle und ähm auch dementsprechend dauerhaft nutze ist aber natürlich nicht alles machbar weil definitiv das Licht da werde ich keine Reefactory Lampen drüber hängen da kennt ihr mich zu gut für ich bin mit den Stratons mehr als zufrieden aber wir haben eine Ausweichmöglichkeit und diese Ausweichmöglichkeit heißt Thorsten es wird demnächst äh sowieso sein Becken umziehen das werden wir wahrscheinlich im Januar machen ähm das wandert in sein Arbeitszimmer rein und dieses Becken was wir da äh äh umbauen was wir da auch schon euch gezeigt haben das Wurterbox da werden wir dann dementsprechend äh Reeflares drüber hängen da kommen äh kommt eine Rückförderpumpe von denen rein und 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 alles Sachen die ich hier tatsächlich nicht unterbringen kann weil ich jetzt mal ganz doof gesagt höherwertige Produkte äh äh drin hab Rückförderpumpe von Abyss schmeiß ich ihn nicht raus für eine Pumpe von Reefactory muss man auch verstehen ne ähm und all solche Sachen äh jetzt nächste Woche wird der äh Fließfilter kommen da bin ich gespannt ob ich den da hinten rein kriege theoretisch passt er praktisch müssen wir mal schauen ob das wirklich funktioniert sollte der nicht passen wandert der natürlich nach der Vorstellung auch rüber zum Thorsten so wird es jetzt erstmal ähm 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 mit den Produkten aus äh äh sehen äh äh weitergehen ja also es es werden demnächst immer wieder Vorstellungsvideos kommen das würde ich werde versuchen das ganze ein bisschen zu ziehen nicht zu viel weil ich weiß ähm ihr wollt auch andere Sachen sehen ich hab auch noch andere Pläne im Kopf von daher ähm seht es mir nach wenn ich hier so nach und nach immer wieder was rausschmeiße aber es sind auch wirklich interessante Sachen dabei weil das ganze System so wie ich jetzt hier jetzt hier am laufen habe von Refactory ist echt Gold wert und da gehen wir dann jetzt mal ein kleines bisschen ins Detail ok gehen wir mal zurück zur Übersicht die wo habe ich euch da so Übersicht aktuelle Werte so und da seht ihr da ist natürlich jetzt einiges drin KH Keeper ähm ähm der neue KH Keeper läuft so wie er soll muss ich ganz ehrlich sagen ist sauber das ist also das was sie jetzt ähm als Update da gemacht haben äh äh hat funktioniert mit den neuen Pumpen und äh äh mit der Glassonde die ist definitiv sehr sehr gut ähm ähm tut was er soll muss ich nichts weiter zu sagen so kommen wir zum Smart Tester und ähm da können wir uns dann mal den Messverlauf genau angucken ne nicht die Statistik wo habe ich es denn ich bin ich bin schon wieder nein äh ist schon Mist wenn man mit seinem Zeug nicht umgehen kann ja ich weiß das Dashboard ich brauche die andere Sicht Übersicht und da haben wir im Prinzip genau das ziehen wir jetzt groß jetzt sehen wir es und hier kann man jetzt tatsächlich mal sehen wie der der Verlauf vom Phosphat tatsächlich ist und ich habe in den letzten Tagen die ganzen Werte gegengecheckt ähm ich habe immer eine Messung auf nachmittags um ähm 14 Uhr gelegt und eine auf abends um zu sehen ähm wo ist er tatsächlich wo ist er hingegangen wir haben ähm ähm bloß die Problematik ihr seht die Punkte sind hier und da so ein kleines bisschen Moment wo habe ich es denn genau müsste hier zu sehen 0,06 0,05 ok ähm anzeigen tut er tatsächlich nur im zweistelligen Komma Bereich das heißt 0,08 also immer nur die geraden Zahlen tatsächlich hier in der Übersicht kann man aber dann teilweise schon sehen dass er hier und da dann mal 0,07 0,08 das ist jetzt nicht das Beispiel was ich meinte 0,08 komm zeig mir da auch nochmal 0,09 nein da haben wir es da ihr seht das ein bisschen tiefer und da ist die der Punkt ein kleines bisschen höher also anhand dieser Punkte können wir sehen in welche Richtung es geht und tatsächlich die Ergebnisse stimmen so mit meinem Hannah grob überein grob überein heißt grundsätzlich dass es nie hundertprozentig passen kann das ist eine ganz ganz wichtige Sache ähm der tut was er soll und hat mir auch jetzt auch tatsächlich schon geholfen kann man jetzt hier sehen dass es leicht angestiegen ist kontinuierlich weil ich wieder ein bisschen zu faul gefüttert habe nämlich aus dem Kühlschrank raus aufgelöst direkt ins Becken rein ohne auszuwaschen und das das hier ist im Endeffekt tatsächlich die Konsequenz daraus dass ich von einer äh charmanten 0,05 wo ich eigentlich war äh wieder hoch tatsächlich zu einer ähm 0,09 und jetzt im weiteren Verlauf bin ich hingegangen hab das Futter wieder ausgewaschen hab meinen Abschäumer ein bisschen nasser eingestellt und da seht ihr dann tatsächlich auch dass das Ganze richtig ähm ähm äh weiter nach unten geht hier haben wir eine 0,07 da ist wieder eine 0,08 da geht es auch wieder leicht nach unten ähm also Fakt ist das Ding ist schon sehr sehr gut jetzt habe ich mich bisher noch nicht getraut weil ich das erstmal natürlich überprüfen möchte über einen längeren Zeitraum wie stabil es läuft wie sauber es misst ähm da Aktionen mit einzubinden weil ich habe tatsächlich die Möglichkeit zu sagen pass auf Aktion hinzufügen ich wähle mir jetzt meinen Smart Tester aus so und jetzt kann ich hingehen und wenn es äh das PO4 ist über und jetzt gebe ich hier eine 0,09 meinetwegen ein dann dann soll er meinetwegen mit einer Dosierpumpe irgendwas tun ja schönen guten Abend Marcel ähm ähm meinetwegen mit der X4 äh auswählen Pumpenkopf wäre dann die A die ist gerade noch nicht verbraucht also zusätzliche Dosierung und darüber könnte ich jetzt meinetwegen Lantan hinzugeben ja die Menge gebe ich da ein die Zeitverzögerung nach der Messung gebe ich an und dann äh kann ich damit Aktionen einleiten oder wenn es zu tief ist bei einem meinetwegen 0,03 weil mir das zu zu weit unten ist halt hingehen und ähm Phosphat nachdosieren alles darüber möglich und äh tatsächlich ist es so dass das Gerät bisher bei mir sauber arbeitet ähm wir haben auch eine Kleinigkeit die auch bei diesem Gerät ähnlich wie beim Carkeeper ähm damals äh zu beachten ist und zwar ist es ähm ähm tatsächlich hier die Messeinheit die Messküvette die muss alle anderthalb oder zwei Wochen muss die gereinigt werden weil die Chemie die da eingesetzt wird und das Wasser was da reinkommt ähm ähm Ablagerungen im Prinzip in der Küvette verursacht und die müssen natürlich regelmäßig entfernt werden also haben wir wieder ein Messgerät was auch regelmäßig gewartet werden muss damit das Ganze sauber funktioniert das ist eine Sache da kommen wir nicht drum rum es ist ein Messgerät ihr müsst ja auch beim Hanna Checker regelmäßig hingehen und die Küvetten reinigen ihnen außen ähm hier ist es so ich mache drei Messungen am Tag und ansonsten steht da immer noch ein kleines bisschen Wasser drin so und dieses Wasser verursacht dann nun mal Ablagerungen und das ist halt eine Sache das muss euch klar sein ja einstecken in Betrieb nehmen und dann wohlfühlen funktioniert da nicht also es muss sich drum gekümmert werden das ist schon mal ganz wichtig ja dann habe ich ja jetzt hier die Batterie an ähm Pumpen verbaut die Pro X1 und daneben die Pro X4 ähm da habe ich jetzt noch zwei Kanäle frei die werden ähm tatsächlich dafür genutzt einmal für das Phosphat und einmal für das Lantan so die sind jetzt noch nicht angeschlossen weil wie gesagt die Aktionen habe ich noch nicht eingebunden da traue ich mich momentan noch nicht wird aber noch gemacht ich habe das ganze jetzt hier mal schön verlegt ähm kann man erstmal mit leben bin ich mit zufrieden und was jetzt als nächstes passieren wird ist ähm dass ich meinen Level Keeper austausche ähm warum tausche ich ihn aus? weil Refactory was Neues rausgebracht hat und zwar dieses süße Gerät hier ja Dosing Pump ATO das ist im Prinzip eine Dosierpumpe so wie wir sie jetzt hier kennen ähm ähm allerdings mit einem Pumpenkopf der größer ist und genau da kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen auf diesen größeren Pumpenkopf oder auf den Pumpenkopf allgemein ähm ich mache jetzt hier noch keine Vorstellung ich will jetzt euch nur zeigen ja was das mit den Pumpenköpfen auf sich hat so es ist im Prinzip nichts anderes wie eine einer von den neuen Dosierpumpen die Dosierpumpen die hat auch die gleiche Größe die hat die gleiche Befestigungsschiene aber sie hat einen anderen Pumpenkopf und das ist mir äh und vielen anderen hier und da auch schon aufgefallen dass tatsächlich unterschiedliche Größen drin sind im Keeper haben wir bei der Reagenz ein da sind unheimlich kleine Schläuche drin sehr sehr dünn so bei den Dosierpumpen haben wir die mittleren Pumpenköpfe und hier bei der ATO haben wir die etwas größeren Pumpenköpfe so und die sind dann halt jetzt hoch raus jetzt habe ich es kaputt gemacht jetzt habe ich etwas zu basteln live ist live ich sage es euch herrlich der Kerl der macht alles kaputt hier ähm bei den größeren Pumpenköpfen ist es einfach so wir haben eine höhere Durchflussgeschwindigkeit klar logisch aber wir haben auch tatsächlich die Möglichkeit die Pumpenköpfe untereinander das sind nämlich alles exakt die gleichen Aufnahmen ähm auszutauschen und somit habe ich auch die Möglichkeit zu sagen okay ich möchte an der X4 einen L-Pumpenkopf so wie ich ihn jetzt hier gerade zerlegt habe ähm in Betrieb nehmen um meinetwegen einen größeren Durchfluss zu haben Moment gleich habe ich es einen größeren Durchfluss zu haben weil ich meinetwegen da Phytoplankton oder ähnliches dosieren möchte weil das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen ähm bei den Dosierköpfen die ich hier bei der ähm bei der normalen Dosierpumpe habe die sind relativ klein so und wenn ich jetzt Futter habe ob das jetzt gar nicht äh ich sag mal Atemien oder sonst irgendwas es gibt ja genug Flüssigfutter mittlerweile am Markt äh oder Phytoplankton dann ist es eben so dass ich hier mit diesen dünnen Schläuchen so ein Futter nicht machen kann das geht nicht also brauche ich einen größeren Pumpenkopf den hier den ich gerade zerlegt habe aber ich habe ihn wieder zusammengekriegt ist nichts keine Hexerei äh jetzt muss ich ihn nur wieder tatsächlich so zusammenkriegen ähm das ist eine Sache die finde ich schon mal sehr geil die haben alle die gleiche Aufnahme bloß unterschiedliche Schlauchstärken so der kam so rum rein und somit habe ich die Möglichkeit das Ganze untereinander zu tauschen oder zu sagen ich möchte eine exakte Feindosierung an meiner Pro X1 machen noch feiner als wie jetzt meinetwegen die schon kann die 0,01 ähm weil die Reagenz wird ja mit einem sehr viel feineren Kopf äh dosiert so jetzt haben wir das hier wieder drin eins zwei drei ja so ist er wieder zusammengesetzt und ich kann im Prinzip jetzt hier den Kopf abnehmen den da draufsetzen Thema durch und schon kann ich an dieser Stelle ähm größere Mengen dosieren ähm das ist jetzt falsch rum gewesen weil das geht nämlich auch man kann die ja auch nach oben weg machen ähm größere Mengen dosieren als wie ursprünglich gedacht neu kalibrieren klar logisch aber das funktioniert das schon mal so als Info nebenbei weil das lag mir noch auf dem Herzen beziehungsweise die Info hat mich vor drei Tagen glaube ich erreicht ey wir haben drei verschiedene Pumpenköpfe ich dachte schön hätte die ja auch vorher sagen können ähm bevor ich das Video gedreht habe und äh ja mache ich aber nochmal eine separate Vorstellung zu dieser ATO wie sie funktioniert wie sie verbaut wird weil ich finde die Variante hier die ich jetzt hier habe schon nicht schlecht das ist das ist da kann man sich ja seine eigenen Pumpen dran setzen ich habe da jetzt irgendeine äh äh Pumpe dran gesetzt aus dem Campingbereich das funktioniert ganz gut ja die wird hier über den den kleinen 12 Volt Adapter wird die geschaltet und läuft ähm aber da habe ich nicht die konstanten Durchflussmengen so die konstanten Durchflussmengen kriege ich dann tatsächlich hin äh mit sowas hier ob das jetzt besser ist oder nicht werden wir im Endeffekt sehen weil ich habe ja jetzt im Prinzip äh anderthalb Jahre die hier diesen Levelkeeper schon laufen da hatte ich ja Probleme gehabt mit den Schwimmern die habe ich dann ausgetauscht hier sind auch wieder Schwimmer drin wir werden sehen ob sich was getan hat an den Dingern optisch wäre es natürlich schöner gewesen aber ähm vielleicht kommt das irgendwann noch als Update keine Ahnung werden wir sehen die kommt auf jeden Fall die werde ich vorstellen und dann werden wir sehen was sie kann was auch noch kommt ähm ist im Prinzip das gleiche Ding als CR Version CR Version heißt ähm das ist eine Pumpe die dauerhaft läuft die wird für einen Kalkreaktor für Kalkwasser äh gebraucht äh oder für eine dauerhaft äh für eine dauerhafte Zufuhr von Phytoplankton ähm die Pumpe kommt auch noch ja sorry ähm und wie gesagt die anderen Sachen sind auch noch on the way ich werde es versuchen nicht zu viel äh auf einmal rauszuhauen damit hier auch noch anderer Content äh ich sag mal zur Verfügung ist ja muss ich gerade eben mal auf meinem Spickzettel gucken Jod habe ich gesagt Atemkalk achso ja Jod habe ich jetzt äh tatsächlich angeschlossen in der Dauerdosierung äh wo habe ich es äh ich hatte das Dashboard ja gerade richtig ja wie gesagt wenn man sein System nicht kennt und dann hier eine auf dicke Hose machen will ja 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 äh da X4 Jod tatsächlich ähm 0,5 Milliliter pack ich am Tag im Moment da rein um das auszugleichen was A verbraucht und durch das Licht vernichtet wird das werde ich mal sehen ich habe mich noch nicht für mehr getraut eigentlich müssten es 1,4 sein äh werde aber erst in der nächsten Woche oder so eine ICP rausjagen um zu gucken wo das liegt und danach werde ich versuchen eine Anpassung nach oben zu machen also nicht grundsätzlich ausrechnen oh da ist so und so viel das könnte sein dass ich mit der und der Menge hinkomme fangt mit weniger an ist definitiv besser äh äh was haben wir noch was haben wir noch Jod Atemkalk Hiper haben wir X4 haben wir Smart Tester haben wir Behälter haben wir Ah! Schnecken! wie sie sehen sehen sie nichts ich habe gestern vom Thorsten eine Lieferung Schnecken gekriegt er ist nicht der Schneckenzüchter nein er ist äh bei einem Laden vorbeigefahren und hat sich da welche geholt die mal wieder Mexikaner hatten und ähm ich habe mir davon jetzt erstmal 5 Stück eingesetzt das haben wir aufs Handy dafür muss das Pad aus damit ihr übersehen könnt und ähm da ist eine von denen die sehen etwas anders aus da haben wir noch die zweite also sind insgesamt 5 Stück äh ne 6 Stück haben wir jetzt hier drin und ähm die haben den großen Vorteil das sind auch die einzigsten Schneckenarten die ich tatsächlich einsetzen kann ähm weil ich auch Einsiedler habe ähm weil die haben äh einen Deckel unten also äh die normalen Turbos haben keinen Deckel die sind einfach nur weich unten die ziehen sich in ihr Gehäuse zurück und könnten durch die ähm 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 ja ja aufgefuttert werden deshalb normale Turboschnecken ähm sind auch nicht ganz so effektiv ähm ist im Zusammenspiel mit Einsiedlern sehr schlecht funktioniert nicht weil die werden früher oder später über die her fallen und ähm ähm das ist auch der Grund warum ich äh die Täubschenschnecken da drin habe damit füttere ich im Endeffekt meine ähm ähm Einsiedler die Einsiedler sorgen gleichzeitig für einen gleichbleibenden Bestand an äh äh Täubschenschnecken aber tatsächlich habe ich nicht so die Täubschenschnecken sind nicht so effektiv was jetzt ich sag mal das Reinigen angeht und wenn ich mir das so anhöre von meinem Padawan den Herrn Meinersmann ähm ähm der Kerl hat noch kein einziges Mal seinen Boden sauber gemacht in der ganzen Zeit jetzt wo er das Becken betreibt hat er noch nicht mal den Boden schrubben müssen okay der hat auch eine richtige Armada an Schnecken drin ich glaube 15 oder äh 15 von den Turbos also von den Mexikanern und dann noch insgesamt waren es glaube ich 30 Schnecken auf 270 Liter dafür hat er auch nichts anderes drin also keine Einsiedler oder so ähm aber der hat den Boden noch kein einziges Mal machen müssen und wenn das jetzt hier einigermaßen funktioniert werde ich den Bestand definitiv aufstocken das ist jetzt erstmal ein Versuch um zu gucken ob die sich erfolgreich gegen die Einsiedler wählen können wie nö habe ich nicht was hast du nicht äh das ist jetzt aus dem Kontext gerissen schreib es nochmal rein ähm ne er hat tatsächlich den Boden wahrscheinlich noch nicht geschrubbt ähm ich habe jetzt erstmal 5-6 Stück eingesetzt um zu gucken äh können die sich erfolgreich gegen die Einsiedler wehren weil das ist ich habe hier 2 größere Harlekin äh Einsiedler drin und die sind natürlich das sind richtige Räuber ne also das da brauchen wir nicht drüber reden die fressen alles was nicht bei 3 auf den Bäumen ist so ungefähr und da die Schnecken diesen Deckel drunter haben können die sich natürlich erfolgreich wehren und das habe ich gestern auch schon ähm beobachten können die sind tatsächlich an die hingegangen haben die umgedreht die Schnecken haben unten zugemacht Deckel drauf und äh der Einsiedler hat im Prinzip hallo jemand zu Hause ja hier mal durch kaum nicht dran ähm ja da hat er grad geschrieben äh 20 Mexikaner 15 Turbos 15 Hummel und oh gottes willen meine Fresse ähm ja äh Kron-Turban-Schnecken Kron-Turban-Schnecken das sind übrigens Schnecken die wenn mich hier alles täuscht müssten die gewesen sein die auch gegen die Cyanos ähm was gibt es sowas für das Eigenheim was meinst du ich kann euch jetzt schon wieder nicht ähm folgen ich bin heute irgendwie nicht im Verfolgungsmodus hier ähm die Kron-Turban-Schnecken sind äh gegen die Cyanos hat den Vorteil ähm auch begehrende Cyanopopulationen werden von denen vernichtet äh und gleichzeitig auch somit aus dem Kreislauf herausgenommen ähm wenn man Probleme mit Cyanos hat ist das natürlich eine sehr 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 gute Sache ähm und äh der Cyanobestand im Becken wird im Prinzip durch die Tiere nicht großartig verteilt weil sie aus dem System durch die Schnecke herausgenommen wurden und verdaut und umgewandelt werden im Magen wenn ich aber jetzt hingehe und die absauge dann muss ich ja jedes Mal einen Wasserwechsel machen im Prinzip damit ich sie effektiv aus dem System heraus bekomme ich will meinen Boden im Haus auch nicht wass jetzt habe ich es verstanden Stefan ah ne äh glaub ich nicht vor allem ähm wenn die hier über dem Boden laufen rutscht sie ja nur aus über die ganzen Schleimspuren ähm ähm also Konturbakenschnecken sind definitiv sehr gut um Cyanos zu reduzieren und dauerhaft niederzuhalten ähm es gibt dann so den einen oder anderen der sagt ja ich will aber die Ursachen von von den Cyanos bekämpfen ähm viel Glück dabei kann ich nur sagen ähm wenn ihr herausgefunden habt was die Ursachen für Cyanos äh äh ist lasst es euch patentieren und dann könnt ihr da richtig Geld mit machen ja lange Rede kurzer Sinn 45 Minuten sind um und ähm ich denke ich bin auch so einigermaßen mit meinem Programm hier durch was so passiert ist was noch so demnächst auf euch zukommen wird ähm ich kann schon mal sagen wie gesagt dritte äh äh Kalenderwoche vom ähm nicht dritte Kalenderwoche dritte Advent an dem Wochenende bin ich bei Norbert vor Ort und ähm ich bin auch noch an weiteren Lives dran habe auch schon von einigen Leuten Zusagen gekriegt bloß diese Leute sind äh pauschal gesagt immer sehr im Stress ähm also ich kann mindestens noch eins zwei drei mindestens noch drei weitere gute Lives kann ich euch definitiv versprechen ähm das wird ein Jörko Kotz sein das wird ein Oliver Pritzl sein ähm und ich habe einen Zusagen gekriegt vom Tobias Neier den mal in live zu kriegen das ist jedenfalls gut aber kann sich noch ein bisschen ziehen weil ihr wisst der steht ständig unter Strom ja das ist auch von ihm nichts Böswilliges wenn er auf Insta oder so nicht antwortet äh selbst die Leute mit denen er zusammen arbeitet äh für die er Videos macht die haben die haben auch Probleme denen mehr oder weniger mal ans Rohr zu kriegen weil er ständig irgendwie am tun und am machen ist ähm er hat es neulich glaube ich auch mal kurz im äh auf Insta mal kurz gezeigt so viele offene Nachrichten die er nicht alle beantworten kann weil irgendwann muss er ja auch mal sag mal zur Ruhe kommen aber er hat zugesagt er würde an einem live teilnehmen wann das ganze stattfinden wird weiß ich noch nicht gleiches Spiel beim Jörg aber das wird vielleicht wenn wir es hinkriegen noch dieses Jahr werden vielleicht zwischen Weihnachten neujahr keine Ahnung äh aber ich arbeite dran ja wenn jetzt erstmal nichts mehr von eurer Seite ist ähm ich bin mit meinem Programm durch ich lasse euch noch mal ein paar Sekunden Zeit äh zum schreiben falls ihr noch was wissen wollt aber ansonsten wäre ich dann für heute äh hiermit erstmal durch da kommt ja schon der Erste äh aktuelle Video von Black Reef Korallensäge wenn ja was sagst du zu den geilen Ideen und den unschlagbaren Preis für den Bausatz ähm grundsätzlich bin ich ein Freund von sowas ähm sag mal gesehen hab ich's noch nicht ich hab's ich hab mir das gesamte Video noch nicht angeguckt weil ich hab's nur kurz reingesippt und hab gehört dass es wohl recht günstig sein soll äh wenn es wirklich günstiger ist bin ich äh definitiv jemand der da wahrscheinlich äh schon Schlange stehen wird weil so eine Korallensäge ist was Feines ähm ich hab's bisher hier immer nur mit dem Drehmüll gemacht das funktioniert ich sag's mal bei allen astförmigen Tieren wunderbar ähm aber wenn ich mir da unten zum Beispiel meine große Gonyo angucke das ist so ein Tier geworden also nicht nur offen sondern auch schon ähm zusammen äh gezogen dass es ein riesen Ball ist und den krieg ich mit einem Dremel eigentlich nicht durch da ist so eine Korallensäge natürlich eine feine Sache äh Reiner schreibt gerade ca. 165 Euro das ist äh super Preis äh definitiv sehr sehr gut also dass sowas überhaupt gemacht wird aber man muss auch im im Nachhinein sehen ähm das ist ein Bausatz das ist für unsereins ähm für den gelegentlichen Gebrauch ähm aber es wird wahrscheinlich nicht so leistungsstark und so dauerhaft ähm ähm behaupte ich jetzt mal ganz einfach wie das Markenprodukt vom äh wie heißen sie noch ähm ähm ihr wisst wen ich meine ich glaub das Produkt äh die die Originalsäge liegt bei 600 oder 700 Euro ähm die wird natürlich länger halten und die ist auch eigentlich für den Dauereinsatz aber für den Hausgebrauch wenn man sich sowas zulegt warum nicht ja da muss man noch das einzige dazu kaufen das heißt äh 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 Moment ich seh es nicht ganz hier am Ende des Tages ca. 260 Euro okay der eine sagt 165 oder 260 aber im Vergleich zu ähm 700 und äh ist das natürlich sehr viel günstiger und wenn die ihren Dienst tut und ich sag mal für das bisschen was man als Otto Normal Aquarianer äh zu sägen hat ausreicht und dauerhaft funktioniert warum nicht ähm ähm könnte ich mir vorstellen so ein Ding mir hier auf Halde zu stellen weil haben ist ja definitiv besser als brauchen und äh es gibt einige Tiere die man dann halt nicht mit dem Dremel schneiden kann also gut ist es definitiv ich hoffe ich konnte deine Frage ausreichend beantworten haben wir noch was äh wann war das mit Norbert Dammers ähm dritter Advent Moment ich sag euch mal den ungefähren Zeitraum dritter Advent dritter Advent das wird entweder der 16. oder der 17. das ist der Samstag oder der Sonntag das wird doch festgelegt ähm wir werden das wahrscheinlich dann so zwischen 16 und 17 Uhr starten und äh ja was dann da Phase ist ähm werdet ihr dann noch ich sag mal im Vorfeld dann angekündigt bekommen gut sonst noch Fragen nur Sorgen nöte unsichtliche Anträge wenn nicht möchte ich euch in den Rest Sonntag entlassen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit 33 Mann sind noch da in der Spitze hatten wir glaube ich 40 gehabt lass mal eben gucken hier 36 37 40 jo 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 für das Live Tagbuch ist das doch schön und ihr hattet eine schöne Sonntags-Nachmittags-Unterhaltung bei dem schlechten Wetter ähm ja tatsächlich äh wird es jetzt bei mir dann auch nächste Woche es weiter gehen mit äh mit meinem Ausbau einen Blick ich mach mal eben draußen Licht an ob man das sieht ne sieht man nicht ich könnte die Kamera nämlich schwenken hab ich nicht ne sieht man nicht spiegelt sich jetzt hätte ich eben bei der Helligkeit machen können äh dumm gelaufen funktioniert nicht ja Winterkartenausbau etc gut ja vielen lieben Dank Erwin und dann würde ich sagen danke fürs Zuschauen und äh ich werde das hier noch ein kleines bisschen einkürzen damit die Vorschau weg ist und dann könnt ihr das ganze als normales Video euch betrachten in diesem Sinne nochmal danke fürs Zuschauen Däumchen nicht vergessen Däumchen nicht vergessen und bis zum nächsten Mal euer Viper